Ich liebe Hubba Bubba. Und außerdem mag ich es, Kaugummi-Blasen zu machen. Voll cool. Hallo, Leute, ich bin Nicole. Und ich finde, nichts ist besser als Schokolade. Ich könnte Schokolade eimerweise trinken. Lecker. Hallo, ich bin Britney. Freut mich. Es ist Zeit für eine neue Challenge. Nicole, schau mal, ich fang an. Wow, was für ein großer Eimer Nutella. Da hast du aber Glück gehabt. Mal sehen, was ich hier habe. Oh nein, ich mag zwar Kaugummi, aber doch nicht mit Brokkoli-Geschmack. Ich will nicht. Du musst aber. Ich weiß ja nicht, Britney. Sieht ganz schön eklig aus. Na los, Nicole, ich glaub an dich. Oh nein. Okay, wie du meinst. Scheint ganz okay zu sein. Wobei, nein, ich hab nicht gehört. Das ist mega ekelhaft. Oh, ich bereue jetzt schon, dass ich so viel Kaugummi bekommen habe. Das ist ja eine richtige Qual. Igitt. Du armes Ding. Geht's dir gut? Kannst du vielleicht eine Kaugummi-Blase machen? Okay. Ja, wenn ich dabei nicht kotze. Igitt. Es riecht jetzt nach Brokkoli. Mir ist schlecht. Oh nein, Britney. Bist du noch am Leben? Wir müssen dich zur Vernunft bringen. Oh je. Ich glaube, ich bin in Ordnung. Danke. Dann bist du jetzt dran. Oh, das ist eine gute Nachricht. Wie soll ich das Glas öffnen? Ich brauch ein bisschen Werkzeug. Ta-da. Bravo. Gut gemacht, Britney. Das ist noch nicht alles. Ein Moment. Gleich rauscht meine Nutella auf mein Toastbrot. So ist gut. Und mein Messer wird alles schön verteilen. Wow. Voll cool. Das ist eine mega tolle Idee. Dankeschön. Ich liebe Schokolade. Was könnte besser sein? Hey, Nicole. Ich hab alles gesehen. Ah, okay. Ist nur Spaß. Du kannst hier natürlich was nehmen. Dankeschön. Na? Wollen wir öffnen? Oh, Maltesas. Was könnte cooler sein? Und ich hab Kaugummi-Bonbons. Cool. Willst du anfangen? Dann los. Oh, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich Maltesas liebe. Hm. Ich kenne eine lustige Art, Maltesas zu essen. Ich mach daraus eine Schlange. Und jetzt esse ich die Schlange auf. Voll die coole Idee. Hey, Moment mal. Reiß dich zusammen. Tut mir leid. Na, probier deine Bonbons. Na, mal sehen. Welcher Geschmack ist das hier? Apfel vielleicht? Ja, ich hab's erraten. Hm, gefällt mir total. Nice. Und das hier schmeckt nach Zitrone. Oh, ja. Genau so ist es. Hm, blauer Kaugummi mit Blaubeergeschmack. Und rosa Kaugummi. Da bin ich mir nicht sicher. Ist das Erdbeere oder Himbeere? Yeah, das ist Himbeere. Boah, ist das cool. Hey, Nicole, was treibst du denn? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Das ist mega lustig. Ach, das findest du lustig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich nehm mir einen Haufen Maltesas und werd dich damit bombardieren. Hey, warte. Tu das nicht. Britney. Na, warte. Es ist Zeit zu kämpfen. Einverstanden. Du hast keine Chance. In Deckung. Ich werd dich gleich erschießen. Feuer. Ich konnte mich grad noch ducken. Na, warte. Pass auf. Hier kommen meine Kaugummis. Nimm das. Ich brauch mehr Munition. Oh nein. Ich hab keine Patronen mehr. Blöd. Okay, ich geb auf. Bitte, hab erbarmen. Yeah, ich hab gewonnen. Menuh. Moment mal. Noch einen Kaugummis hab ich übrig. Jetzt schau mal her. Oh, ja. Gefangen. Boah, das war ja mega krass. Voll cool. High five. Der Countdown läuft. Drei, zwei, eins. Und los geht's. Wow. Was für ne tolle Schokotorte. Und ich hab eine Kaugummi-Torte. Wie cool ist das denn? Darf ich bitte anfangen? Okay. Ich kann's kaum erwarten, ein Stück zu probieren. Allein der Anblick lässt mich schon richtig saubern. Awesome. Mh, das schmeckt einfach köstlich. Oh je. Na, wie auch immer. Ich will meine Torte auch probieren und dann ne Kaugummi-Blase machen. Sieht voll hübsch aus. Oh ja. Ups. Lecker, Schmecker. Hey, Britney, was treibst du denn da? Jetzt hör auf. Wie benimmst du dich denn? Hey, Britney. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich mach ne Kaugummi-Blase. Und jetzt warten wir ab. Was ist hier los? Nein. Haltet mich fest. Ich hebe ab. Guten Flug. Hm. Jetzt kann ich diese Schokotorte probieren. Und dabei meine Rosa-Torte essen. Toll. Rettet mich. Oh oh. Lecker, Schmecker. Äh, seltsam. Was ist das denn für ein Schatten? Oh nein. Au. Mein Kopf. Geht's dir gut? Ja, das war mega lustig. Komm, ich öffne deinen Deckel und du öffnest meinen. Wow, so viele Schokotafeln. Und ich hab Zuckerwatte mit Kaugummi-Geschmack. Da haben wir aber Glück gehabt. Du kannst anfangen. Gerne doch. Wow, das sieht ja cool aus. Hm, wie so Zuckerwatte. Zergeht nur so auf der Zunge. Und verwandelt sich in ein Kaugummi. Davon will ich sofort mehr essen. Um danach eine große Kaugummi-Blase zu machen. Fester drücken. Und? Gefällt euch mein Stern? Oder vielleicht mein Herz? Ich kann sogar ein Schmetterling daraus machen. Hm, das schmeckt so lecker. Oh, wow. Wie schaffst du das nur? Was für eine große Blase. Ich mag es, solche Blasen zu platzen. Aua. Ah, meine Hand klebt fest. Gib mir meine Hand zurück. Ah. Ja, das war ganz schön hart. Ups. Ups. Igitt, igitt. Pfui. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich meine Schokolade probiere. Weg mit den Verpackungen. Und jetzt baue ich was daraus. Was für ein schönes Schoko-Haus. Komm, ich werde dein Haus mit Zuckerwatte dekorieren. Wir machen daraus Schnee. Oh, voll die coole Idee. Schau mal. Das kleben wir noch da ran und hier dran. Oh, voll hübsch. High five. Und jetzt beißen wir rein. Mh, ist das lecker. Einverstanden. Na? Schnick, schnack, schnuck. Ich hab gewonnen. Das heißt, ich kann meinen Deckel zuerst öffnen. Wow, ich hab noch nie Kaugummi-Eis gegessen. Das ist ja mega cool. Nice. Mh, wie lecker. Und hier kommt mein Kaugummi. Brittany, schau mal. Gleich mache ich eine gigantische Blase. Oh wow, tatsächlich groß. In Deckung. Ups. Das war voll feinlich. Tut mir leid. Ups. Na, jetzt bist du dran. Gerne. Äh, was für eine seltsame Milka. Hey. Die sieht ganz schön gruselig aus. Wieso denn? Du wirst es gleich herausfinden. Oh man, das ist ja Feuer. Alles klar. Das ist ja eine Schokolade mit Chilischoten. Oh, ich hab Angst. Da krieg ich sogar Gänsehaut. Oh je, oh je, oh je. Das wird ja mega scharf. Ich halte das nicht aus. Na los, iss alles auf. Okay, wie du meinst. Je schneller, desto besser. Und jetzt durchkauen. Nein, 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 nein. Das ist mega scharf. Ach du Arme. Ich werde dich gleich retten. Na los, versuch mein Eis zu schmelzen. Danach werde ich dein Feuer damit löschen. Okay, super. Mir geht's besser. Geht's dir gut? Ja, danke. Ich will dich umarmen. Nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Alles klar. Mh, das schmeckt voll lecker.